So, jetzt geht's erst richtig los. Mhm. Volle Möhre. Denn jetzt werde ich mal wieder Jason. Hehe. Packernack. Also bei mir kommt nicht mal ein Intro-Filmchen. Holla. Jazonie. Also bei mir kommt kein Intro-Film. Jetzt geht's los. Jetzt geht's auch schon los. Ja. Heute mal ohne Intro-Film. Ja, bei mir kam einer. Ich bin, so wie es aussieht... Jazoniel. Nein. Ganz im Süden. Und du? Ach. Nein, nein, nein. Du wirst nicht wissen. Posten. Bei dem Auto. Und er hat's Licht hier ausgemacht. Bei dem Auto. Ah, da. Mhm. Wo ist er denn? Hier, wo ist er denn? Keine Ahnung, wo er ist. Mal. Ist hier nichts. Irgendwie. Ah, hier ist er, okay. Ne, da geh ich nicht hin. Da hau ich ab. Besser so. Vor allem hier ist das blaue Auto. Das wird er wahrscheinlich auch noch irgendwie präparieren gleich. Probably. Ich geh jetzt trotzdem gleich mal zu dem Lagerfeuer ganz unten. Und hoffe auf ein... Messer. Messerhus. Ich hab die Autoschlüssel. Pfanne, Stock. Oh, die Knarre. Ist das dieses Merkspiel? Pfanne, Stock, Knarre. Okay. Ich packe meinen Koffer. Ich hab die Fuse. Oh. Dann weißt du. Das war jetzt so laut. Oh. Dann weißt du, dass sie da irgendwo hinkauen. Das ist Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Aber gut. Vielleicht kommt's ja dann doch da oben hin. Ich guck nochmal. Und jetzt hat er noch mehr als nur die Sicht. Das ist ungünstig. Hat er den erwischt? Der hat er... Nee, hat er nicht. Ja, hier oben kommt sie ja manchmal hin. Ja. Völlig korrekt. Kommt halt drauf an, wo genau du sie gefunden hast, aber... Meinst du in welchen Quadranten? Ja. true story. Nö, hier kommt sie nicht hin. Oh, doch. Hier kommt sie hin. Hehe. Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Scheiße. verdrückt. Verdrückt. Bin mir grad nicht sicher. Mann, du Dödel. Du sollst das Telefon nehmen. Ich glaub, er ist in der Nähe. Er ist in der Nähe, aber er hat den Strom ausgemacht, anstelle der Sicherung. Ah. Das war leider das Falsche. Tja. Ich hab jetzt keinen Bock hier, wenn wir zu warten. Ich bin da einfach nicht so klar. Scheiße, er kommt zu mir. Das ist immer die Gefahr. Ich hab mir die Füße einbaut. Mann. Beep, beep, beep. Ich bin auf der Flucht. Ich bin auf der Flucht. Auf der Flucht. Auf der Flucht. Fluchtelos. Nein. Ich bin halt allein hier oben. Komm. Ich hab ein Auto schlüsselt. Das war Glück. Das war Glück. Meine Güte, jetzt beamt er sich aber auch hin und her hier. Entweder hat er jetzt abgelassen von mir oder hat Stalken an. Das sind ja ganz viele aber da oben, oder? Ja, deswegen könnte er es durchaus abgelassen haben von mir. Von wegen. Von wegen. Immer noch hinter dir her. Aber er kommt nicht rein. Was macht er denn? Ja, 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 du Spast. Ich hab's doch genau gehört. Der hatte so ein Depp. Stalken an, oder was? Äh, nee, nee. Er hat die Falle vor das einzige Fenster gemacht, was noch nicht kaputt ist. Aha. Als würdest du drauf reinfallen. Ich hab's gehört, wie er es aufgespannt hat. Na ja, Schatz, anderthalb Minuten musst du noch durchhalten. Na ja, und dann muss ich erst mal mal zur Polizei kommen. Ja, das stimmt. Wo bist du jetzt? Ich renne von da oben weg. Ah ja, okay. Ich glaub, ich weiß, wo du bist. Auf dem Weg sozusagen zum Groß, Richtung Großes Haus. Aber er klopft halt überall an. Ah, die haben ja alles offen gelassen. Die haben ja nicht den Stress. Jetzt nimm doch wen anders. Lass mich doch. Er will aber unbedingt mich haben. Oh, ich hab Benzin gefunden. Gegenüber ist auch wer drinne, du Depp. Wir haben den Schlüssel. Eigentlich alles. So, ich bringe mir ihn mit. Ihr fühlt euch sicher. Von wegen. So, bitteschön. Am Auto. Da unten sind sie alle. Er ist trotzdem hinter mir her. Jetzt geht doch mal da runter. Wo ist er denn? Ah, jetzt. Tschüss, Jason. Ja. Tschüss, Ulus. So. Ich geh jetzt schon mal hier raus. Deine scheiß Falle da unten. Die kannst du doch gleich wieder wegnehmen. Südosten. 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 Ab in den Süden. Pfanne will ich nicht. Dem Krümel hinterher. Also ich bin jetzt gleich auf der Hauptstraße und verkrümel mich. Ja. Ich muss mich noch einmal kurz ausruhen hier im letzten Haus. Warte, ich komm zu dir. Ich weiß nicht, welches letzte Haus du meinst. Ich bin jetzt da, wo das Gas ist. Fuck, er ist aber hier. Oh ja, jetzt ist er einmal bei dir. Wie schlimm. Mich hat er die ganze Zeit gebattelt. Hat er überhaupt wen getötet? Zwei. Tja, Jason. Hättest du einfach mal von mir abgelassen. Natürlich geht er jetzt hier rein. War es ins Haus zu dir, oder was? Das heißt ja, ich kann hier eigentlich mal ein bisschen. Ich fahr's jetzt ab. Oh! Sei ein Idiot. Geh' ich halt wieder ins Haus zurück. Das ist ja ein großes Haus. Ja. Hast du alles zugemacht? Ja. Hallo. Schnell, 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 geh weg. Sehr gut. So. Oh, ich glaub, er ist wütend. Nee, er ist drin, er ist drin, er ist drin. Fuck! Was machst du? Warum machst du alles zu? Komm her. Mann! Kommst du her? Lass mich! Geh' doch mal jetzt! Ich wusste nicht, ob wir rausgehen. Ja. Schnell mal. Auf jeden Fall ist hier nur ein Fenster. Bestimmt nicht zum rausgucken. Bleib doch, hast du ne Waffe? Oh, er ist ja schon wieder. Keine Waffe. Wollen wir dir mal ne Waffe holen, dass wir mal irgendwie die bessere Chancen haben? Hier. Hier drin sind welche. Ja, aber nicht, dass er gleich wieder reingeht. Dein Baseball-Schläger ist auch hier. Ja, aber... So, ich hau' jetzt ab. Ich bin... Oh, er ist auf der... Bei der Straße. Gott, ich hab'n geblendet. Komm. Ich kann nicht. Er ist hinter mir her, aber er hat sich schon gebeamt, also er kann nicht nochmal. Ich bin jetzt beim Ausgang. Warum kann ich mir nicht lang? Hä? Er ist beim Ausgang. Komm, komm mir entgegen. Ich hab' gleich kein... Kann ich nicht hängen hier fest? Und keine Ausdauer mehr. Ist er immer noch bei dir? Ja. Aber ich muss kurz regenerieren. Ich muss jetzt rausrennen. Ja. Komm jetzt. Ja. Komme. Puh. Okay, er ist angeschossen. Er liegt jetzt bei der Polizei auf dem Boden. Alter, ich hatte wirklich null Ausdauer. Ich bin wirklich zu der Polizei gehumpelt. Ich hab' dummerweise die Highsprays mitgenommen. Auto kommt. Er ist umgefallen. Sehr gut. Er wurde angeschossen von der Polizei. Das war dumm, Tommy. Ah ja. Okay. Haben wir es alle geschafft, oder? Oh, das wird zu eng für sie. Das ist zu eng. Ja, sie ist eh schon verletzt. Ja. Gott, das war eine gute Runde. Das hat richtig fetz gemacht. Der hat mich die ganze Zeit behakt. Ja. Oh. Mit dem Auto. Da kommt er doch gleich von vorne an, oder? I don't know. Ach nee, sie fährt auf die andere Seite. Okay, das ist clever. Der Schaf. Naja, drei. Drei hat er. Ja. Das Minimum, wie du immer sagst. Das Minimum, wo man sagt, gut gespielt. Minimums. So. Higgins. Na, da wirst du es doch bestimmt wieder. Wieso? Bei mir ist das Problem bei Jarvis oder Peinwurst. Das bin ich nicht. Aber das könnte ich sein. Oh, yeah. Oh, ich bin's echt geil. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das gibt's ja nicht. Vor allem der Sechser. Ja, es ist immer schlecht. Der ist schon ewig nicht mehr. Ich find's ein Sperrgut. Weil er so ne große Reichweite hat, ne? Reichweite. Und er holt nicht so ewig nach rechts aus. Man bleibt nicht so leicht an irgendwelchen Sachen hängen. Ja, da sind ja schon die ersten Schäfchen. Das war dumm. Da läuft sie mir aber genau vor, die Flinte. Ja, das könnte mir auch passieren. Na, zahm. Vielleicht müssen wir das Spiel verlassen. Ja, na klar. Zack. Zwei sogar. Warum? Hast du zwei schon gekillt? Nee. Ich bin zwar gut, aber so gut auch nicht. Ja, die wollen mir immer wehtun, Mutti. Aber du weißt, du kannst nicht sterben. Er hat mir einfach in den Horn geschossen. Du kannst nicht sterben. Du kannst nie sterben. Jesus, guck mal. Ja. Wo ist er denn jetzt? Mist. Mist, du lustig. Na gut. Nehmen wir eben erstmal den Vorteil. Wo ist denn das Ding hier hin? Den, 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 den. Huuu. Was macht denn ihr da? Habt ihr schon viel gemacht? Da bin ich wieder. Ehrlich gesagt, nein. Alter, der geht mir so auf den Zünder hier. Ha, 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 ha. Da hast du ihn doch rausgebracht. Ja, das war aber eine gute Nummer, du. Keine Chance. Da wollte er mich zum Narren halten. Und ist immer wieder durchs selbe Fenster geklettert, was kaputt ist. Das ist dumm. Und dann? Ist er daran verstorben? Ne, ich hab ihm noch eine mitgegeben. Und hab er seinen Arm abgeschlagen. Da, 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 da. Da, 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 da. Es ist so nervig, dass die Leute dann das Spiel verlassen. Ja, das stimmt. Also, wenn sie tot sind, meinetwegen, aber... Lass es! Das bist du! Ja. Na gut. Ich denke, keine Tür. Durch dich nicht. Ah, lass es doch! Lass es doch! Zweimal erwischt. Oh, du hast ja gar keine Zeit gehabt zum Looten. Na? Guck mal doch mal, wer hier so ist. Ach, na, sieh mal an. Hier sind ja alle. Ja, na, gucke mal. Ach, komm. Jasonil. Ich hätte das Ding... Was ist eigentlich, wenn ich in einer Animation bin und der schießt auf mich? Also, wenn ich hier gerade im Einschlagen... Wird die abgebrochen, oder? Ja. Ihr macht nur den Jason wütend. Dreck, sauer. Dreckiger... Ich biete dich. Kleiner Sack. Hier ist ja offen. Oh, Mann, ey! Diese Kamera ist so nervig, dass die immer irgendwo hinflutscht. Und wo? Naja, das ist nervig, wenn du ein Messer oder so... Ja, eben, das Messer und die... Danach schaut er sonst wohin. Nee, auf die Kamera, zum Werfen. Der ist dann irgendwo in der Gardine drin oder sowas. Oh, ich zu! Ja, renn! 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 Ja, dann heil dich halt. Hallo? Okay. Wenn die Hälfte der Messer nicht mehr ankommt. Naja, gut. Das war ja klar, dass ich ihn treffen will. Und nicht irgendwie den Bilderrahmen hier. Vergiss es! Du kannst nie sterben! Ach komm, du machst jetzt echt hier schon einen Couch-Tanz? Oh Gott, wie du die ganze Zeit lachst. Ja, da denkt er, mit dem Couch-Tanz kann er mich kriegen. Das ist natürlich... Ja, Grisard. Grisard hat das Spiel verlassen. Ja, ein Messer. Ein Messer! Der kleine Fette! Ha, ha, ha! Kann er noch ein bisschen rennen? Ein Speck abtrainiert, bevor er stirbt. Du kannst nie sterben! Ach! Warum kann ich den nicht so schnell töten, wie ich immer getötet werde? Schnelles Grapschen und... Nee, das Auto ist hier ein bisschen kacke. Kacke los. So, das blaue Auto scheint hier sehr begehrt zu sein. Oh, das ist alles. So, Jason, jetzt muss es langsam Zeit. Du hast so viel auf den Deckel bekommen, dass man jetzt mal wütend wird. Ja, den Nächsten. Das ist doch jetzt echt... Er ist in die Falle getreten, er hat dies gemacht und das und... Dennoch stirbt er nicht. Alter. Jetzt bist du wütend. Na, endlich. Das wird aber auch Zeit hier. Ich meine, der hat mich jetzt so lange geknüppelt. Äh, hallo? Ja, dann halt nicht, ihr Ficker. Jetzt schlag doch! Das ist mein Junge. Ah, nee. Was ist passiert? Ja, ich bin so super auf ihn zugeflogen und da war wieder irgendwas im Weg, ein Zaun. Und am Ende des Zauns haben sie noch irgendeinen Holzsplitter hingemacht, dass man natürlich, ähm, dran hängen bleibt. Und du kannst nicht mehr drum herum fliegen. Der ganze Flieg-Modus war damit im Arsch. Oh, ehrlich, ey. Na, ja. Wo ist denn dieses blöde Auto jetzt hier? Keine Ahnung, was die da machen. Schon mal nett, dass sie mich nicht mitgenommen haben. Es ist nur einer drin, ne? Ach, komm, ey, er hat's aber auch verbockt, er hat's verbockt. Also, wenn der jetzt noch ein Messer hat... Hat er nicht. Oh, sowas ärgerlich ist. Ich hab mich extra ans Ende hingemorpht und dann mit Stalken wollte ich zu ihm shiften. Und natürlich ist wieder irgendein Popel im Weg, wo man so sich verhakt, dass man nichts mehr machen kann. Ah, ärgerlich. Aber sonst wäre es ja auch zu einfach, wenn es so gehen würde. Ja, also, keine Ahnung, das ist schon immer so gewesen, deswegen darüber würde ich mich gar nicht aufregen. Ja, man regt sich auf, weil... Das Schiff war super schwierig. Einfach super schwierig, das Schiff. Ich reg mich auf, weil es eben so knapp war, aber das Gute ist, er ist mehr ausgewichen und ist dann hier irgendwo auf den Stein gefahren. Was ist denn jetzt hier, Jasonil? Warum zur Hölle? Okay, es geht nicht. Wir halten fest, er will es nicht. Ah, Mann. Das ist aber, der wäre dann auch immer so emotional. Man will ja auch gewinnen. Höhe, Tommy. Was ist denn los? Wer im Busch hockt, der wird erstaun. So. Und da war es nur noch einer. Hier oben bist du, oder was? Ah! Okay. Das kriegt ja eh nichts. Ohhhh... Hast du noch einen Highspray? Hatte nie eins. Aber dafür ein Messer. Ja. Oh, das mit dem Schiff, ey. Ich hätte den so gerne noch erwischt, eben. Hallo, du bist wütend. Ich weiß, aber du willst da hinten raus. Ja, warum? Warum? Hätte ich locker noch erwischen können. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich sehe nichts. Jetzt sterbe ich hier wahrscheinlich eh gleich. Wieder reinkletter. Und wieder raus. Ich sehe doch, dass du da bist. Es geht wieder nicht. Ja, kriegst du einen Zeitbonus? Nee, dann krieg ich's. Warum? Wie aussieht. Also das mit der Tür und irgendwas geht noch nicht. Tür nicht und irgendwo dranhängen geht nicht. Ich will das jetzt probieren. Es muss doch irgendwann... Das geht bestimmt. Das geht. Also es geht wirklich, die Tür und irgendwelche Haken oder so gehen nicht mehr. Alles andere geht noch. Komisch, ja. Aber, ja. Schluss. Schluss. Ah, Mann ey, das mit dem Shiften, das ist so ärgerlich, wenn du auf der Straße bist und es ist irgendein Popel im Weg, wo du denkst, Alter. Ach was, ich würde mich da überhaupt nicht so drüber aufholen. Na, ich habe mich erwischt. Das ist echt übertrieben. Das wäre witzig. Ich habe direkt vor die Hütte eine Falle gemacht, falls sie mich kloppen wollen. Wenn Jason hier zurückgeht und tritt dann zum Schluss am Ende der Runde selber rein. Ja. Da stehen sie wieder. Oder sitzen. Nur einer geht. Siehste, der sich bewegt, der stimmt. Und, wer wird's? Wir nicht. Wo bin ich denn hier bitte? Ja, ich bin mitten in der Wildnis gesporned. Ich auch. Hier ist gar nichts. Bei Flat Rock. Aber jetzt. Hier ist wirklich überhaupt nichts. Ich bin bei irgendeinem Pass. Pass. Oh, bei der Fuse. Das ist schlecht. Da, mach mal erst mal dicht. Er wird eh alles einschlagen. Bis jetzt ist er erst mal nicht hier. Ich habe Gas gefunden. Echt? Ich habe die Batterie. Oh ja. Und ich habe Böller. Jetzt lassen wir gerade mal schauen, wo hier das Auto ist. Och, du lieber Gott. Da könnte man natürlich trotzdem hingehen. Das ist nur beim großen Haus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und ich habe mal wieder keine Map. Warte mal. Ach, du bist da. Du bist über mir. Flat Rock. Glaube ich. Ja, ich bin... Oh, er ist da. Ich hau ab. Sind da Häuser in Süden? Ja, das. Ah, er hat mich angeschnipst. Ich habe es im Bein hängen. Und noch mal. Ja, ja, nutzt man die Zeit. Und er klopft schon an. Oh, fuck, ey. Ich muss das wegwerfen. Die Batterie. Ja, mach ruhig. Er ist weg? Echt? Hä? Er hat die Tür eingeschlagen, ist aber... Ist aber weggegangen. Oh, ich möchte so gerne eine Map haben. Wo muss ich denn jetzt lang? Da, wo die Batterie ist, da bin ich. Äh, ich tanke gerade. Du musst in... Wohin willst du denn? Zum Auto? Na, zu dir. Dann erstmal rüber in den Westen und dann nach oben. Ich verstehe nicht, wo er ist. Oh, da liegt der Schlüssel. Oh, den hat sich jetzt aber jemand, glaube ich, genommen, oder? Ja. Ah, jetzt kommt er. Jemand hat sich einen Schlüssel genommen. So. Das war doch klar. Oh, ich brauche mal eine Waffe, der wird mir da rein. Äh. Meine Güte, ey. Hier sind doch noch andere. Kann der nicht mal irgendwen anders noch verfolgen? Fie, verfufi. Mach das Ding jetzt auf! Oh, komm! Nee! Ich war in der Sprunganimation. Es war schon die Animation. Ich bin tot. Alter! Also, wenn er wirklich hinter einem nur Herr ist... Hast du keine Chance. Naja, aber... Naja. Mann! Ich würde es ja auch so machen. Ich würde ja dann auch nur hinter einem Herr sein. Wenn ich den jetzt schon so lange angeknuspert habe. Damit habe ich natürlich meine Battery verloren. Das finde ich nicht so gut. Ach, das ist Pagganack. Keine Ahnung, wo ich hier war. War ich ganz im Süden, oder was? Ja. Hm. Das gibt es auch, glaube ich, nur bei Pagganack-Groß, oder? Diesen ganzen Süden, das Ding. Ja. Meine Güte, hier hat noch keiner was gelootet im Großen Haus. Die treffen sich am Lagerfeuer und... Ah, sie sind hier... Die Fuse. Ah. Du kannst ja über Smoky Talky sagen, Fuse im Süden. Nee, das war ja nicht ganz im Süden. Da war ich ja. Da, wo ich halt war. Ja, du warst ja irgendwo mittig eher. Eher im Osten. Ah. Ja, ich hole jetzt gleich die Batterie. Wenn das nicht schon jemand macht. Wo ist denn Jason eigentlich? Oh, die eine hat seinen Pulli an. Also zumindest den Pulli von seiner Mutter. Ey, der wirft echt gut hier. Wo ist der denn jetzt gerade? Beim Großen Haus. Hinten. Ja, hinten. Warte, Werandern. Ui. Oh, ich wäre Tommy. Ich flitze in den Süden. Kann ich genauso gucken wie er? So, du flitzt in den Süden. Ich gehe zur Batterie. Oh, er kommt hinter dir her. Er morpht sich zu dir gerade. Boah, weißt du es? Alles klar. Weil ich es auf der Map gesehen habe, wie der Pfeil auf einmal zu dir kam. Ich komme zu dir. Oh Gott, ich meine, der Ausdauer ist schon fast weg. Da ist ein Haus. Geh in das Haus erst. Ja. Ja. Fuck. Fuck anus. Fuck anus. Nö, die Leiche ist drinnen von dir. Naja, er hat mich eingeworfen. Achso. Er ist da, ne? Ja, ich sehe es. Jetzt ist an die Falle gelatscht. Scheiße. Scheiße, ich komme ja nicht raus. Hier. Ist offen. Oh, warte. Hä? Ich bin hinten dran. Ich auch. Wo gehen wir hin? Wieder rein, oder? Da rechts ist ein Fenster. Bei der Batterie. Nein, nein, das ist alles. Nee, das ist es nicht. Ich muss unbedingt regenerieren. Ich muss unbedingt Ausdauer haben. Mann, ich will hier rein. Eine Scheiße ist das hier meines Mal. Warte, lass mich erst rein. Achtung. Warum gehst du nicht durchs Fenster? Es sah so kompliziert aus bei dir. So, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ausdauer. Ich verstecke mich im Schrank und atme mal tief durch. Ich nehme jetzt die Batterie. Ja. Hat denn irgendwer einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Nein, hat jemand vorhin genommen. Also jemand hat ihn. Hm, guck mal, woher jetzt liegt der Schlüssel. Ah, der wurde getötet wahrscheinlich. Und dann wurde er da angespült. Sagst du mal was, dass du losgehst, oder? Ich gehe los. Also ich habe ein Messer, ich bin ja Tommy. Das ist ja klar. Ich habe auch ein Messer. Okay. Und halt die Klara. War auch am Auto, war auch vorne am Tank. Eine Falle. Aber ich habe auch ein Heilspray. Ich kann auch lieber reinlatschen dann. Nee. Dann weiß er ja das. Sag, du baust außerdem besser ein vielleicht, oder? Nee. Ja. Okay, ich latsch rein, oder? Oder komm, ne? Okay, er kommt. Gott. Ist eingebaut. Rein. Sehr gut. Ich habe ihn angebolzt. Hoch. Hoch? Nee. Zum Rausspringen. Ja, aber ich habe nur ein Heilspray. Dann ist es schon vorbei bei mir. Ja, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt unten beim... In der Küche. Ajo, er kommt natürlich hoch zu mir. Gut für dich? Ich komme. Ich schieße ihn an, dann kannst du wieder runterkommen. Okay, ich schieße ihn jetzt an. Gott, komm. Was machen wir jetzt? Äh, irgendwie die Häuser da hoch, genau. Ja. Er fliegt. Ich habe keine Waffe. Sehr gut. Wollen wir in den Süden? Ich habe keine Waffe. Und, achso. Hab ich... Okay. Keine Ahnung, ich muss gerade auflaufen. Äh, ja genau. In das große Haus da hinten rechts. Äh, so weit schaffe ich es, glaube ich nicht. Scheiße. Fuck. Ich bin in einem Scheißhaus gelandet. Du musst nur eins weiterkommen, dann bist du beim Großen. Ah, hier ist ja gar nichts doch da. Mach rede. Ich komme, aber... Oh Gott, mein... Mein Ausdauer ist weg. Oh Gott, und hier sind keine Häuser. Äh, keine Fenster. Hier hinten ist eins. Nee, ist auch nicht. Du musst einmal komplett rum. Ich komme raus, falls er dich grabt. Oh Gott, er ist hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Er mofft sich. Ah, da oben ist er. Genau, rein da. Sehr gut. Jetzt sind wir aber zu dritt. Äh, wir müssen mal gucken. Vielleicht ist hier irgendwas noch nicht gelootet. Da hinten ist noch was zu. Oder wir gehen zum Schlüssel jetzt doch, aber... Nee, in drei Minuten kommt ja eh die Polizei. Nein, er kommt vorne rein. Fram's. Tatsächlich. Okay, ich bin raus. Ich gehe in das Haus gegenüber. Ich auch. So, hier ist auch schon alles gelootet. Okay, wenn er reinkommt, wollen wir mal wieder in das andere Haus. Erstmal ganz kurz ausruhen. Ist hier irgendwo ein Fenster, wo man gut raus kann? Er ist hinter der anderen her. Wir sind direkt am Schlüssel. Ja? Tatsächlich. Ja, aber das ist... Das schaffen wir nicht. Der ist zu weit weg. Und da ist kein Haus in der Nähe. Okay. Was macht sie denn da? Wollen wir doch gegenüber jetzt hingehen? Sie will irgendwas. Komm, wir gehen wieder dahin, wo wir... Wo wir eben herkamen. Da sind wir schon Richtung Polizei. Fuck, er ist ja hier drin. Er hat nichts. Oh Gott. Okay, alles klar. Komm raus, komm raus, komm raus. Hast du ein Glück, ey. Du musst aufspringen. Ja, er ist reingelatscht. Komm, 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 komm. Wohin willst du jetzt wieder da rein? Ja. Er morpht sich, glaube ich. Oh, ich habe seine Maske. Keine Ahnung warum. Oh Gott. Warum habe ich seine Maske? Wo ist er denn? Ist er bei dir? Keine Ahnung. Hier im Haus auf jeden Fall. Keine Ahnung, wo er ist. Er war auf einmal weg. Ich habe ihn eben eingeschlossen hier. Ne. Ich habe keine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Siehst du irgendwo eine Waffe? Wo ist er denn? Der hat Stalken an. Okay, hier ist keine Waffe, oder? Ich glaube nicht. Na, du musst aber mal gucken. Sonst kann ich nicht frei, ne? Ich habe geguckt. Aber ich habe auch ein Messer. Komm, wir gehen jetzt in Süden. Warum habt ihr eine Kackmaske? Wir müssen in Süden. Komm. Es ist doch nicht schlimm, seine Maske zu haben. Ich lasse uns über das Feuer, Lagerfeuer gehen. Oh, er ist hinter uns. Nein, er ist hinter ihr. Ist da irgendwas? Ja, ein Stock. Ist da nochmal jetzt irgendwo ein Haus? Ja, ja, die drei Häuser. Da können wir jetzt die Minute rumkriegen. Hier ist nochmal das Haus, wo er mich hier rufen hat. Zu. Sehr gut. Das ist so eine gute Ausgangslage hier. So, noch 30 Sekunden. Wir bräuchten noch einen Böller. Das wäre nochmal gut. Ach ne, es hilft ja gar nicht mehr. Ich habe Böller. Es hilft ja gar nicht mehr, ne? Ja. Dann müssen wir dann hier raus. Wollen wir halt nochmal weiter in den Süden. Oh oh, sie ist tot. Sie ist völlig am Arsch da hinten. Ach, hier sind wir. Oh ne, das habe ich nicht gedacht. Komm, wir gehen in den Süden. Ja. Zu einem Haus weiter, da können wir besser abhauen. Ja. Aber er ist gleich da. Also, cool sein. Hm, naja. Also erstmal auf die Hauptstraße und jetzt können wir ja eh gucken. War ja klar. Scheiße. Über die Häuser oder nicht? Ja, doch, oder? Aber warum rennst du so? Ich kann nicht so lange rennen. Damit ich schon mal den Weg frei mache. Hm. Damit du motzen kannst, wenn er dich kriegt, dass ich dich nicht retten kann. Ich habe ein Messer. Ach so. Ich weiß nicht, wie sie das macht, dass er sie nicht kriegt. Sie rennt im freien Gelände rum und er schafft es nicht, wie sie... Ah, weil sie die Schwarze ist. Die finde ich richtig schlecht. Mit der kann ich gar nicht spielen. Die hat so schnell Schiss und dann stolpert die an Dauern. Oh, sie holt den Schlüssel. Tja, das hatte sie dann irgendwie wohl vor. Na gut, noch einmal kurz ausruhen. Und dann sprähnt du los. Oh, er ist hier. Fuck. Na, geh hier hinten hin. Er hat Stalken an. Ich trat jetzt hier raus. Was? Ich geh. Okay. Er ist auf der Straße. Er ist neben mir. Also, ich bin jetzt nicht in deiner Nähe, ne? Warte, 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 warte. Ich kann dich befreien. So. Warte, ich habe keinen Ausdauer mehr. Wenn er sich hermorpht, ihn entgegen rennen. Ja. Ich lenke ihn ab, sodass du drum rumkommst. Jetzt. Jetzt. Sehr gut. Jetzt hat er keine Chance mehr. Oh, er kann nochmal. Tschüssi. Jasunil. Alter. Eskort. Ich kriege extra Punkte. 25, weil ich dich eskortiert habe. Ja, siehst du? Sehr gut. Das war gut. Ich habe nochmal extra Punkte bekommen, weil ich unversehrt war. Strange. Oh, sie fährt echt im Auto. Krass. Krass. Das war gut. Ich glaube, sie hätte ihn gerne umgebracht. Mit uns. Aber es geht auch doch. Hätte ja geklappt. Du warst ja Tommy Jarvis. Aber sie hatte den Pulli nicht. Ja, aber ich hatte die Maske. Vielleicht wollte sie dann... Ne, es hatte schon wer, den Pulli. Die war aber auch schon tot. Ach so. Also, es hätte gar nicht mehr funktioniert. Das war gut. Yes. Das war auch gut. Ja, die ist halt schnell, ne? Ja. Ah, sind ja ganz schön viele da. Moment, komm. Ach so, nennst du, das waren wir. Naja, vier. Vier hat er gekriegt. Er war schon nicht schlecht, aber wir waren eben einfach besser. Obwohl, ich war ja einer von den vieren. Der bestand. Der bestand. Aber als Tommy Jarvis hast du dann wieder geglänzt. Super Johnny. Super Tommy. Super Johnny. Und? Ui. Wie viele Punkte? 1113. Das ist der предложige Vier tip. Wasser. Ja, da tiempo. Die Movie amargor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Untertitelung des ZDF, 2020